Hallo meine Damen und Herren auf YouTube, kurzes Update, ganz kurzes Update, Minecraft Server fertig, Homepage fertig, live ab morgen Samstag wieder für euch im Stream, täglich, fast täglich, für euch da, wir haben ein bisschen was zu tun noch, nebenbei und die Hauptarbeiten an der Homepage sind fertig, Homepage ist da, ihr könnt euch dort schon ein wenig umsehen, auch als Beta-Tester bewerben für unseren Minecraft Server. Ähm, zusätzlich, wir haben die News gemacht, wenn ihr bei uns auf der Homepage oben auf News klickt, dort kommt ihr zu unseren News und da gibt es Informationen, wie ihr 12 Spiele, ein Raider-Headset und ein Teamspeak gewinnen könnt, in Zusammenarbeit mit unserem Partner am planetkey.de und hostonly.de, schaut vorbei, wenn ihr Lust habt, ab morgen live, ungefähr 16, 17 Uhr legen wir los, mit dem Stream, äh, twitch.tv, messio.live oder eben messio.de slash live. Bis dahin, viel Spaß und schaut vorbei.